Wetziger ist eine wichtige und grosse Stadt hier im Zürich Oberland. Wir haben ganz viele Menschen, die kulturell tätig sind und wir haben ganz viele Menschen, die die Kultur konsumieren. Viele von unseren Wetziger Künstlern machen das aber eher im Verbotenen, wir nehmen das gar nicht wahr. Und darum haben wir den Kulturpreis, dass wir die Öffentlichkeit gehen können, dass wir zeigen, was es alles gibt, die Vielfalt, die wir in Wetziger haben. Am 14. November ab 7. in der Kantonsschule Zürich Oberland heisst sie die Stadt Wetziger ganz herzlich willkommen zum 9. Chateau. Wir heissen sie herzlich willkommen, wenn wir vor dem Beat Spöri dieses Jahr der Hut sind und ihm die Anerkennung und die Wertschätzung entgegenbringen. Wir würden uns sehr freuen, wenn sie auch dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.